Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und zwar wollen wir heute 20 Kisten öffnen, und zwar große Kisten mit Werbungsgut. Und diesmal sind das die vom Paladin. Da brauche ich noch insgesamt drei Items, und zwar einmal die Armschienen, den Helm und die Beinplatten. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was ich so schickes drin habe. Als allererstes schauen wir mal, ob ich am Cap bin mit den Garnitionsressourcen. Ne, bin ich nett. Okay, da können wir auf jeden Fall noch ein paar holen. Achso, ich muss mal ganz reinlaufen in das Wiederverwertungsgebäude. Und dann können wir mal gucken. Also, als allererstes haben wir ein paar Ressourcen gekriegt. Ich muss mal kurz den Handelschannel hier verlassen, beziehungsweise den Dienstechannel. Das ist mal so nervig, das hast du hier in der Garnision auch, dann spammst du dich komplett zu. Das wollen wir nicht. Dann sehe ich nämlich nett, was ich für schöne Garnisionsressourcen kriege. Hust, Hust. Oh boy, das waren bis jetzt nur Garnisionsressourcen, oder? Ah, okay, eine Waffenverbesserung war noch dabei. Und ein bisschen Erz haben wir auch dabei. Noch eine Waffenverbesserung, ja gut, okay. Und ein Haufen Ressourcen. Noch eine Rüstungsverbesserung. Noch mal eine Waffenverbesserung. Ein bisschen Fell haben wir gekriegt. Hm. Vier Kisten haben wir jetzt noch, bis jetzt noch kein einziges Gear Item. Rüstungsverbesserung. Oh boy. Ressourcen. Und die letzte Kiste. Ja. Okay, das war mal eine komplette Nullnummer. Ähm, ja. Schade aber auch. Gut, ich würde sagen, ähm, da machen wir demnächst noch ein paar Kästen auf und hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben, weil diesmal haben wir leider gar nichts bekommen. Schade, schade, schade. Und ja, wenn ihr wollt, schaut aber im nächsten Video wieder rein. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.